GUMONDO ist Deutschlands größter Onlinehändler für Delikatessen. Es gibt uns seit 2002. Wir führen weit über 7.000 Produkte bei uns im Sortiment, die wir ausschließlich über das Internet verkaufen. Das heißt, wir haben keinen stationären Handel. Die größten Herausforderungen im Marketing sind natürlich diese Vielzahl an tollen Produkten ausschließlich über das Internet zu vermarkten. Aus diesem Grund ist es für uns unerlässlich, alle gängigen Online-Marketing-Kanäle zu bedienen. Und aus diesen Online-Marketing-Kanälen sticht Google AdWords als der mit Abstand wichtigste deutlich heraus. Die Werbemaßnahme, mit AdWords zu starten, ist super schnell und einfach. Wir setzen unsere AdWords-Werbung auf verschiedenen Plattformen. Wir schalten unsere Werbung auf Mobile- und Tabletgeräten und nutzen auch Kontenbereiche, also Display-Plattformen von Google. Durch den Einsatz von Google AdWords konnten wir unseren Umsatz um 30% steigern. Das besonders Gute an diesem Kanal ist, dass man seine Budgets sehr effektiv und transparent einsetzen kann und dadurch auch die volle Kontrolle hat und dass man sehr schnell Erfolge sieht. AdWords sollten alle Unternehmen einsetzen, die online vertreten sind. Insbesondere nicht so bekannte Marken mit Online-Shops, denn nur über Google AdWords hat man eigentlich die Möglichkeit, sein komplettes Sortiment flächendeckend zielgerichtet zu bewerben. Also wenn ich einen Tipp geben könnte, dann wäre das folgende. Investieren Sie so viel Zeit wie möglich in Google AdWords, denn es ist keine Zauberei, es ist Arbeit und diese Arbeit wird sich am Ende aber lohnen.